Das Ziel meiner Verdienstzeiten der Republik Österreich wurde an Alfred Reinhardt, Obmann des Stadtverbandes oder Grund des österreichischen Kameradschaftsbundes, verdient. Herr Darmacher trägt durch seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz nicht nur zur Anerkennung des österreichischen Kameradschaftsbundes in der Öffentlichkeit bei, sondern organisiert mit großem Freizeitaufwand soziale und kulturelle Hilfsaktionen, ist um eine aufrechte Klicksgedeckkultur und im Austausch mit den Partnerorganisationen, mit den Nachbarländern auch um die Völkerverständigung bemüht. Ja, geschätzte Ehren- und Festgäste, geschätzte Damen und Herren, und wir sind heute ausgetan.